Das Gewitter von Gustav Schwab Gelesen für LibriVox.org Ur Arne, Großmutter, Mutter und Kind In dumpfer Stube beisammen sind. Es spielet das Kind, die Mutter sich schmückt. Großmutter spinnet, Ur Arne gebückt. Sitzt hinter dem Ofen im Fühl, wie wehen die Lüfte so schwül. Das Kind spricht, morgen ist's Feiertag. Wie will ich spielen im grünen Haag? Wie will ich springen durch Tal und Höhen? Wie will ich pflücken viel Blumen schön? Dem Anger, dem bin ich hold. Hört ihr's, wie der Donner grollt? Die Mutter spricht, morgen ist's Feiertag. Da halten wir alle fröhlich gelag. Ich selber, ich rüste mein Feierkleid. Das Leben, es hat auch Lust nach Leid. Dann scheint die Sonne wie Gold. Hört ihr's, wie der Donner grollt? Großmutter spricht, morgen ist's Feiertag. Großmutter hat keinen Feiertag. Sie kochet das Mahl, sie spinnet das Kleid. Das Leben ist Sorg und viel Arbeit. Wohl dem der Tat, was er sollt. Hört ihr's, wie der Donner grollt? Ur-Arne spricht. Morgen ist's Feiertag. Am liebsten Morgen ich sterben mag. Ich kann nicht singen und scherzen mehr. Ich kann nicht sorgen und schaffen schwer. Was tu ich noch auf der Welt? Seht ihr's, wie der Blitz dort fällt? Sie hören's nicht, sie sehen's nicht. Es flammet die Stube wie lauter Licht. Ur-Arne, Großmutter, Mutter und Kind Vom Strahl miteinander getroffen sind. Siehe, Leben, endet ein Schlag. Und morgen ist's Feiertag. Ende von Das Gewitter Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Lispeltchen Und dann ist's, wie der Blitz ist.